Ich bin Selma. Ja klar, Selma. Nein, Abschied von deinem Studienkollegen. Oh Gott. Und du bist... Selma. Genau. So besoffen bist du mir im Falle nicht vorgekommen. Das heisst... Komm bitte, sag mir, dass das nicht wahr ist. Du haben... Wir haben... Ich meine, das wäre... Genau. Das wäre es. Ein Blackout, den dir niemand abkauft. Sei denn, du siehst den dümmsten und hirntotsten Arsch, auf der Welt je rumgelaufen ist. Wo sind denn deine Eltern verklagt? Hallo. Mischa. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden? Hm? Was hast du dieser Frau gesagt? Nix. Was macht ihr da? Unterricht. Toller Lehrer. Fingst deinem Sohn falsche Sachen bei. Mischa, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule, die ist ja gleich da vorne. Und dann aber auch nicht in die Schule. Und dann wird das, was ich in die Schule gesagt habe. Und dann wird das, was ich auch noch nicht verliere. Ich bin der Kommissar. Und dann wird das, was ich wieder überlebt. Kann ich Ihnen helfen? Geht der Junge hier zur Schule? Moin. Er ist fünf. Er ist sechs. Stimmt doch gar nicht. Ich bin sechs. Sagen Sie mal was. Sagen Sie mal was.